Für diesen Test müssen wir nur noch die Projektpläne finden. Keine Aufregung, sie nützen niemandem. Sie sind völlig langweilig und wertlos. Dies ist ein Experiment, um herauszufinden, wie viel Denkzeit ihr für die wertlosen Dokumente verschwendet. Die richtige Antwort lautet 0 Sekunden. Ja, weiter geht's. Eine Woche ist es nun her. Ich kann euch sagen, das Weihnachten ist nicht sehr. Oh Mann, ey. Das ist gelöscht drin. Ja, ich gucke es halt rum. Baugläne, guck mal, hier ist so ein Würfel da. Okay, den Würfel brauchen wir wahrscheinlich irgendwie. Ah, guck mal, hier haben wir wieder. Ah, da kommen wir. Okay. Probieren wir mal was. Tschür an ihm auch. Wie jetzt? Was passiert? Ja, der Würfel ist ja rumgeflogen. Wie hier nach oben? Der ist gerade umgeflogen, der wurde umgeleitet. Nach oben. Das ist die Frage... Ah, jetzt kommen wir und fangen. Ah! Und jetzt müssen wir den hier fangen, okay. Das heißt für mich, ich muss... Und was ist denn jetzt? Also mach ich den Schalter, gut. Gut. Oh du! Ein wenig spät, würde ich sagen. Äh, ja. Und jetzt, wie kommst du jetzt wieder rüber? Warte, kein Problem, ich mach dir dort eins hin. Halt, dort eins hin. Hallo? Halt, hey. Gut, das geht nicht. Komm ich näher an, oder was? Okay, das müssen wir beim ersten Mal klappen, oder was? Dann dreh auf jeden Fall ein Schein. Du bist ja schon da, du Drecksack. Dann sagst du nichts. Okay, da war er jetzt. So. Okay, du musst irgendwie ein anderes Timing aus der Barsch. Geh mal hin. Ja, sauber. Du musst die ja wieder hier rüber holen. Das ist kein Problem. Okay. Hallo. Hallo, again. Hier hinlegen darfst du nicht. Guck dir, was passiert. Das droht, ich hab Angst. Ah, die Turbine hält an. Jetzt geht's ja wieder weiter. Ich schau grad mal. Ah, ich muss bestimmt, warte mal. Die Turpine. Turpine, vor allen Dingen. Turpine. Warte, hast du die Turbine angehalten? Gut, warte, ich komm. Ja. Es wird auflöst. Ja, ich bin da. Okay. Ich mach mal nichts, oder soll ich laufen lassen? Ähm. Ich glaube, also ich komm hier nicht mehr raus. Ich glaub, du musst jetzt hier irgendwie herkommen. Aber wie ist die Frage? Moment. Äh, du hättest hier ein Portal machen müssen. Meinst du? Dann hättest du durchlaufen können, ja. Warte mal, mach die Turbine mal noch nicht an. Nee, auf der anderen Seite. Wieso? Das bringt dir jetzt hier nix. Ähm. Nimm dich um. Na dann. Okay. Ach, guck's alles gut aus. Zack. So. Okay. Guck mal, da wo ich, äh, bin Zeit, genau. Aber ich brauch ja trotzdem ein Portal. Du musst, dann musst du mir ein Portal machen. Vielleicht macht's ein Portal, ja. Und zwar musst du hier mir, äh, einen Ausgang und hier einen Eingang machen. Also, ja, genau. Und hier unten einen Eingang. Hier unten. Genau. So, und hier hab ich jetzt, äh, einen Eingang gemacht, ne? Jo, alles klar. Kann ich? Jo. Ja, muss ich natürlich gucken. Ah, scheiße. Kann ich jetzt von hier aus Shit, ich muss noch mal rüberkommen. Ich hab was, was falsch. Ne, das geht ja auch nicht. Wie kann ich denn jetzt hier den Eingang, den Ausgang machen? Hier gibt's nämlich noch nichts, wo ich den Ausgang machen kann. Warte mal. Lauf mal da durch, durch diese Tür. Geh da mal rein. Ich weiß dann, dass das Zeug weg ist, aber ich kann ja mal dir mitgucken. So. Okay. Hier könnte ich ein paar Teile machen, aber es bringt nichts. Ist das ja so ein Ding? Auch so ein Ding. Vielleicht brauch ich einfach auch einen Würfel hier drüben. Ne, Quatsch. Ich hab gar keinen Laser. Ja, aber ich könnte den Laser weiterleiten. Guck. Ne. Ich bin hier drüben. Hier. Muss ich wieder rumdrehen? Genau, da bin ich. Geht das so näher durch? Ne, geht nicht, oder? Aber man kann ja doch durch die Pahne, das bringt ja nichts. Ich kann ja, wenn ich durch das Tor laufe, ist das Portal weg. Ach so. Durch deines. Na, wenn du jetzt einfach das Ausgangsding hier auf die andere Ege machst, da wo du einen Eingang rein hast, da ist doch noch eine Gegenwand. Warte, und zwar hier. Ja. Ich hab nichts machen. Okay, das geht im Portal, okay. Und hier oben? Oder da unten? Da wird's gehen, ja. Aber was wird das bringen? Dann würdest du den genau hier reinleiten. Aber das bringt mir nicht. Du müsstest ihn ja hier so... Du musst den Winkel erwischen, dass er genau bei dir das Laser-Ding da trifft. Das wäre hier. Warte mal, ich guck mal bei dir, welches das wäre. Das wäre der hier. Der? Der? Leuchtet das so? Geht es denn überhaupt durch die Scheibe hier durch? Weiß man nicht. Na, du musst ihn jetzt halt drüben so ausrichten, dass ich ihn abkriege, oder? Entweder da oder hier. Gibt nur die zwei Möglichkeiten, ja. Sehe ich jetzt hier nicht. Ah, ich glaube, wir sind ja fast gar nicht mehr so verkehrt. Guck mal. Guck mal. Obwohl ich ja hier auch mit Portalen arbeiten könnte. Wenn du jetzt hier rein, könnte ich ja eigentlich hier... Warte mal. Vielleicht brauch ich den Würfelgorn mit rübernehmen. Wenn ich jetzt hier so ein Portal setze, Wenn ich hier so ein Portal setze, dann brauchst du doch einfach bloß da rein zu zielen. Ich habe schon... Ich habe schon gemacht. Ich habe schon ein Portal gesetzt, du bist bloß ein bisschen weiter runter müssen. Hey, wie komme ich jetzt weiter runter? Kannst du dich stütteln? Tada! Ja, und jetzt? Warum ist das jetzt? Jetzt? Warum hast du dich schon weiter gemacht? Kannst du jetzt irgendwie rüber? Ach so, jetzt ist da wieder die Ladung gestoppt. Was denn? Erst ist hier... Ich hoffe mal, es ist hier zu mir ей dauerl, dass den Insetze Disc. Das schon wieder. Haben wir eine Disc? Ja, haben wir. Ach, ist doch. Sehr gut. Ihr habt die wertlosen Pläne gefunden. Ihr müsst hierbleiben, damit ich sie sehen kann. Und nicht vergessen, es gibt überhaupt keinen Grund, dass ihr sie euch anseht. Fertig. Denke ich jedenfalls. Okay, das war ein abruptes Ende. Gut, ihr Gelaber kann man ja auch nicht ewig zuhören. Das geht ja nicht. Ja, ist er wieder hier. Ich weiß nicht, was ihr da glaubt zu tun, aber es gefällt mir nicht. Hört auf damit. Ich darf euch wohl nicht außerhalb offizieller Teststrecken lassen. Ihr nehmt schlechte menschliche Eigenschaften an. Und glaubt mir, Menschen haben nur eine gute Eigenschaft. Okay, jetzt haben wir das gemacht. Das da hinten haben wir fertig. Jetzt brauchen wir die drei. Die drei ist da oben. Genau, das ist eine gute Idee, schon mal. Ich komme. Ich komme. Hallo. Sauber. So. Was kommt jetzt? Abschnitt drei. Und zwar kommt jetzt... ...Blutlichtoberflächen. Blutlichtoberflächen. Oh mein Gott. Na dann. Puh. Kann ich... Ich kann nicht durch meinen After sehen. Lol. Was? Wollte ich den Roboter gerade auseinandergenommen haben. Konnte ich durch den Arsch gucken. Diese Strecke wurde von den Menschen erschaffen und dann aufgegeben. Wie so oft schaffen sie etwas Wundervolles und lassen es dann fallen. Wisst ihr, warum sie diese Strecke aufgaben? So tödlich. Okay. Da hat sie auch immer recht. Ah. Nein. Oh. Ah. Oh. Ich bin überruhigst halt. Guten Tag. Hallo. Kann das sein, dass du jetzt hier irgendwie mitarbeiten musst, wenn du nicht, oder? Romy, hier gibt es ja gar nichts weiter, wo man... ...weil hier. Warte mal, du kannst jetzt höchstens... Ah. Warte mal, den Ausgang. Da? Nein. Nein. Da. Jetzt musst du wieder... Jetzt musst du... Nein. Jetzt musst du da wieder einen Eingang setzen. Da hinten. Glaube ich. Und jetzt gehen wir um die Ecke. Ach, hier oben. Hier oben. Hier oben. Hier oben. Hier oben. Da. Genau. Achso, ich vergesse aber F zu drücken. Sau cool. Wow. Das ist ja richtig... ...heftig. Cool. Cool. Oh, weiter geht's. Bring mal noch. Wow. Ouch. Okay, das heißt ja... ...wieder mal... ...hung. Ah. Ah. Das ist ja spannend. Ach so, wenn... Was bin ich jetzt eigentlich? Was ist das? 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 Genau! Okay, ich muss hier nochmal weg. Wir sind auf dem richtigen Weg. So, spring mal hoch. Nee, warte mal. Hat das doch falsch gesetzt, oder? Spring nochmal hoch. Oh, Entschuldigung. So. So. So, sehr schön. So. Alter. So. Aber noch nichts wegmachen, bitte, ja? Haha, ich bin gerade durchgesprungen. Ich bin gerade durchgesprungen. Hier haben wir das. Wo wir das absetzen müssen? Okay, alles klar. Was machst du? Was machst du? Ich war in der falschen Position. Das hat gar nichts gebracht, wo ich war. Ach so. Ach so, jetzt ist hier eine Kugel runtergekommen. Genau. So. Hat das jetzt schon Sinn gehabt? Wollt ihr mal was ausprobieren? Wollt ihr mal was ausprobieren? Nee, weißt du was zu machen? Ich baue mir da oben eine Sperre ein. Was ist denn hier oben überhaupt? Da oben muss der Ball hin, oder was? Genau. Und zwar. Ähm, du machst jetzt dein Ding gleich weg. Deinen Laserstrahl bitte. Der Ausgang. Aber nur den Ausgang. Ja, aber du musst doch mit ihm hoch springen, ne? Ja. Nee, da oben geht er kaputt. In dem Tor drin. Was machst du denn jetzt? Moment. So. 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 Hä? Hä? Das passt gleich. Ich höre dir gerne zu, wenn du was sagen würdest. Also. Ich wollte nur gucken, ob das funktioniert. So. Du machst jetzt hier drüben, auf der Seite, deinen Eingang oder Ausgang. Wie du willst. Nein. Ja. Hinter dir. So. Hä? Achso, mein Zug. Genau. Ich springe jetzt hoch mit der Kugel. Prall an meiner Wand ab. Und du musst ja genau unter mir deine Wand setzen. Ja, hoch bei diesem Bereich. Und dann laufe ich rüber. Und ich kann dann die Kugel ablegen. W-w-wet. Okay. Probier mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ganz kurz probieren. Nee. Das war dann doch falsche. Knopf. Gut. Was ist denn? Genau. Alles klar. Rein. Gut. Und. Zwei. 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 Jetzt musst du wieder formula machen, weil ich würde ja auch gerne hochkommen. Zwei. Alles klar. Das heißt, du musst da oben den Eingang setzen. Und meins wo? Meins war ganz oben den Ausgang. Zwei. 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 Tipp. Es ist die eine Sache, die ihr nicht könnt. Liebe. Ja. Und damit? Ja. Warst du halt auch schon wieder? Okay. Krasser Mist, hey. Wahnsinn, wie schnell das rumgehen. Ja. Gut, dann warst du jetzt. Du warst da dran, oder? Wenn du warst. Okay. Ja, wie gesagt, es wird die nächsten Parts, denke ich mal, echt knifflig. Das war jetzt gerade so eine Sache, da habe ich jetzt gar nicht durchgeblickt, dass du das jetzt irgendwie da hast du jetzt gerade das Level hast du gerade gerettet. Da habe ich jetzt gerade... Ah ja, dafür sind es zwei Leute, ne? Ja. Das wird geil. Ja, okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Level wieder, nächste Woche und bis dahin, ciao! Tschüss!